Hallo und Hallo und wieder zurück beim Let's Play Minecraft Wir haben eben gerade, das sieht man nicht, wir haben gerade eben nur 10 Minuten machen können Tja und ist leider haben wir so ein komisches App, das nimmt ja App sag ich schon wieder ähm wir haben irgend so was, das nimmt halt nur 10 Minuten auf und das danach ist halt weg und wir wussten halt nicht, sonst hätten wir Tschüss gesagt ich gehe mal Hühner, Köln, Schneeberg nicht im Schemel, oder? Oh, Hühner Guck mal, die Hühner, die Rasten, die ne, ich mache noch ein paar mehr Hühner wie vermehren die sich? Du musst die, du musst den Samen geben, aber Samen haben wir nicht ne, falsche Samen genau, es geht, ähm, Ding auf jeden Ja, das war nicht klar, dass wir noch 16 sind Alter komm raus, so kleine Feige ich gucke mal wie die abgehen Guck mal wie sie abgehen Guck mal wie sie abgehen Guck mal wie sie abgehen Ja, ich denke, wir sollten jetzt mal bauen, oder? was soll ich denken? wir sollten jetzt mal bauen, oder? Chillio Base wir müssen gerade auf den Sand warten Er gesagt, aufs Glas. Ja, 16. Nico, bei dir reicht es immer erst. Warte. Oder nehmen wir einen Ofen mit? Ja, Ofen. Wenn wir noch Ofen. Wenn wir noch Ofenkiste. Ich hab's gesehen. Für was brauchst du sowas? Keine Ahnung. Äh, oder warte, wir gehen in der Zeit hier Schnee holen. In der Zeit, wo? Oh, das Neue. Kann ich mal machen? Warte. Genau. Tja, was mach ich aber mit den Löchern? Stopfen. Okay, zu. Zu und zu. Machen wir gleich mal ein Fahrt dann da hoch, oder was? Jo, können wir gleich mal. Hast du noch Schien? Was? Hast du noch Schien? Ja. Ja? Nee, warte mal. Wir machen Fahrt, ein Fahrt aus Kies und Stein. Und nebendran machen wir dann, äh, okay. Jo. Ich hab noch, doch, geht noch. Ich hab noch. Also, Antriebschienen, Bromäer, ja, ich hab kein Gold mehr. Brom. Boah, das kommt in der nächsten Folge, wird dann noch heilig. Die Mino Lein. Ja, Mino Kuchen, Mann. Nee, brauchen wir auch mal wieder. Ja, ich weiß nicht, ob man mich hört. Aber? Aber, meine Stimme hört sich immer im Computer saupiepsig an, also, bitte nicht lachen. Jo, können wir das abbauen. Ja. Ach, so. Kommt da normalerweise was raus? Nee, nur mit Scherung. Okay, jetzt gehen wir erst mal gucken. Das wird's. Perfekt. Ähm. Lass nochmal einen Charmin. Wie bitte? Charmin. Ja, mit Level 5 oder was? Ja, das geht voll gut. Am besten ist es mit 30 zu enchanten, Nico. Echt? Da bekommst du saugeile Sachen. Ich spiele auf dem Server Skippy Craft, wie manchen schon aufgefallen ist, und, ja, und dort enchant ich gerade auf 1130. Ähm, bo bum, bo bum, bo bum, bo bum. So, das reicht erst, ne? Oh, ja. Null. Okay, jetzt gehen wir erst mal wieder ein bisschen Schnee holen. ja nicht gerade in der Dauern gut sehen das ist nicht gerade sehr spannend was wir gerade machen ja aber das was rauskommt wird geil nur so als ein Tipp zum nachmachen die Hühner regen mich irgendwie gerade auf geil der Bambus ist ja gewachsen ja leider ist diese Aufnahme auch schon in fünf Minuten rum ja aber ja aber Andi Andi Weizen ist auch fertig man muss kommen ja irgendwie heilen was kann man nochmal wie kann man nochmal ähm was kann man was kann dass man du kannst daraus Zucker machen ich meine dass man das wieder heilen kann also diese Spitzkern und alles ah ja Ambus hast du einen ja hab ich ja ja das ist noch gar nicht reißen ja das ist doch schon ja 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 ich hab's nicht vergessen ja 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 so weitergeht so vielleicht haben wir ja jetzt erst 0 vielleicht haben wir ja jetzt erstmal genügend um hochzugehen immer noch mal diesen stein mit hast du welches ja kies habe ich ganz viel aber stein ist knapp aber wir tun ja da oben wieder stein abbauen Kies unten oder eigentlich auch hier oben also da vorne in der Kiste oder wir bauen das einfach aus Kies aus Kies und was noch nein lass einfach nur aus Kies machen oder aus Kies und Stein ja ok hast noch alles so ein Problem wo ist denn bei den Stein glaub ich auch nicht äh guck einfach mal Ingo nee ich tu immer Ingo reingehen und noch nicht mehr Alter ja die wollen sagen das Leben verrecken alle Gummer macht die jetzt Baby das rauskommen und dafür bekommt man Löffel da kommt man Löffel Alter habe ich Kies ja Kies ja Kies 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 Aber 4 Hat 100 ges costumes Und dann sehen wir wieder, wie es weitergeht. Ciao.